Hallo Leute, ich bin Daniel, euer Deutschlehrer von LikeGermans. Im heutigen Video geht es immer noch um die Projektarbeit von Frau und Herkunftsklasse. Wie ihr gesehen habt, ist Klara wieder zurück. Im heutigen Video erfahrt ihr, warum sie zurück ist und ob sie Lisa wieder ein paar Probleme bereitet. Falls ihr unsere Geschichten feiert, wir haben ein Buch namens German Ease Reader vor Beginners geschrieben. Wir möchten euch zwei Geschichten aus dem Buch schenken. Das einzige, was ihr machen müsst, ist auf den ersten Link in der Videobeschreibung zu klicken und dort das kostenlose E-Book herunterzuladen. Und vergesst nicht, das Video bis zum Ende anzuschauen und unsere Quizfrage unten in den Kommentaren zu beantworten. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem heutigen Video. Auf geht's! Heute fangen wir mit der Gruppenarbeit an. Ihr werdet zu zweit arbeiten. Im Berufsleben arbeitet man auch oft zusammen. Im Berufsleben arbeitet man auch oft zusammen. Ihr arbeitet aber nicht miteinander. Ihr arbeitet aber nicht miteinander. Sondern zusammen mit den Schülern von Frau Kunze. Sondern zusammen mit den Schülern von Frau Kunze. Bist du aufgeregt, Lara? Bist du aufgeregt, Lara? Nein, ich bin ganz entspannt. Nein, ich bin ganz entspannt. Weil ich weiß, dass wir uns gut vorbereitet haben. Weil ich weiß, dass wir uns gut vorbereitet haben. Ich denke, wir sind uns einig. Ich denke, wir sind uns einig. Für den Vortrag bekommt ihr beide eine Eins. Für den Vortrag bekommt ihr beide eine Eins. Das war echt toll, Lisa. Ja, es hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich arbeite sehr gerne mit dir zusammen, Lara. Ich arbeite sehr gerne mit dir zusammen, Lara. Ich arbeite auch gerne mit dir, Lisa. Ich arbeite auch gerne mit dir, Lisa. Herr Kunze gibt normalerweise keine Eins. Herr Kunze gibt normalerweise keine Eins. Unser Vortrag war etwas Besonderes. Unser Vortrag war etwas Besonderes. Wir haben ihn wirklich beeindruckt. Wir haben ihn wirklich beeindruckt. Ja, er und Frau Kunze haben sich richtig gefreut. Ja, er und Frau Kunze haben sich richtig gefreut. Es hat zwar lange gedauert, aber es hat sich gelohnt. Du kennst doch das Sprichwort. Du kennst doch das Sprichwort. Ohne Fleiß keinen Preis. Ohne Fleiß keinen Preis. Ja, das stimmt. Wollen wir rausgehen? Wollen wir rausgehen? Die anderen sind bestimmt draußen. Die anderen sind bestimmt draußen. Ja, sehr gerne. Ja, sehr gerne. Hey, Sarah, wie war euer Vortrag? Hey, Sarah, wie war euer Vortrag? Er war gut. Er war gut. Frau Kunze hat uns eine Eins gegeben. Frau Kunze hat uns eine Eins gegeben. Herr Kunze war aber nicht ganz zufrieden. Herr Kunze war aber nicht ganz zufrieden. Er hat gesagt, unser Vortrag war zu kurz. Er hat gesagt, unser Vortrag war zu kurz. Deshalb haben wir eine Zwei bekommen. Deshalb haben wir eine Zwei bekommen. Wie lief es bei euch? Es lief super. Wir haben das ganze Wochenende lang gearbeitet. Herr Kunze und Frau Kunze haben uns eine Eins gegeben. Herr Kunze und Frau Kunze haben uns eine Eins gegeben. Er hat gesagt, das war einer der besten Vorträge, die er je gehört hat. Er hat gesagt, das war einer der besten Vorträge, die er je gehört hat. Wow, wenn Herr Kunze das sagt, meint er es ernst. Wow, wenn Herr Kunze das sagt, meint er es ernst. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Weißt du, mit wem die anderen gearbeitet haben? Weißt du, mit wem die anderen gearbeitet haben? Also Markus hat auf jeden Fall mit Marius gearbeitet. Also Markus hat auf jeden Fall mit Marius gearbeitet. Ja, und Jonas war mit Simon in einer Gruppe. Ja, und Jonas war mit Simon in einer Gruppe. Aber mit wem hat Julius gearbeitet? Aber mit wem hat Julius gearbeitet? Ich weiß es nicht. Das ist eigenartig. Wir werden heute über den Klimawandel sprechen. Julius und ich haben eine Liste mit Ideen vorbereitet. Es geht darum, was wir gegen den Klimawandel tun können. Zuerst sprechen wir über den Klimawandel allgemein. Danach stellt jeder von uns ein paar Punkte vor. Danach stellt jeder von uns ein paar Punkte vor. Am Ende der Präsentation können Sie gerne Fragen stellen. Am Ende der Präsentation können Sie gerne Fragen stellen. Zehn Minuten später. Zehn Minuten später. Das war sehr schön, Klara und Julius. Das war sehr schön, Klara und Julius. Ich würde euch eine Eins für den Vortrag geben. Ich muss aber erst mit Herrn Kunze sprechen. Ich muss mich kurz unter vier Augen mit Frau Kunze unterhalten. Ich muss mich kurz unter vier Augen mit Frau Kunze unterhalten. Bitte geht kurz raus. Bitte geht kurz raus. Okay. Kein Problem. Okay. Kein Problem. Okay. Kein Problem. Ja. Ja. Ich habe mit unserem Schulleiter Herr Wagner gesprochen. Ja. Ich habe mit unserem Schulleiter Herr Wagner gesprochen. Ich habe ein gutes Wort für Klara eingelegt. Ich habe ein gutes Wort für Klara eingelegt. Warum hast du das getan? Weil Klara mit mir verwandt ist. Klara ist meine Nichte. Wie bitte? Klara ist deine Nichte? Wie bitte? Klara ist deine Nichte? Ja. Klaras Mutter ist meine Schwester. Ja. Klaras Mutter ist meine Schwester. Aber weißt du denn nicht, was Klara getan hat? Sie hat drei Verweise bekommen. Sie hat Lisa das Leben wirklich schwer gemacht. Das weiß ich. Ich habe auch mit Klara darüber gesprochen. Sie hat das alles nicht so ernst gemeint. Sie dachte, es wäre ein Spiel. Außerdem hat jeder eine zweite Chance verdient. Außerdem hat jeder eine zweite Chance verdient. Okay. Aber bitte sei vorsichtig mit ihr. Keine Angst, Martin. Keine Angst, Martin. Ich habe Klara unter Kontrolle. Eigentlich ist sie ein liebes Mädchen. Sie braucht nur die richtige Umgebung. Sie braucht nur die richtige Umgebung. Okay. Welche Note wollen wir den beiden geben? Ich würde ihnen eine Eins geben. Wir können nicht jedem eine Eins geben. Eine Eins muss etwas ganz Besonderes sein. Dann geben wir ihnen eine Zwei. Dann geben wir ihnen eine Zwei. Ja, damit bin ich einverstanden. Perfekt. Klara und Julius, wir haben uns entschieden. Wir geben euch eine Zwei. Der Vortrag war gut. Aber ihr habt ein paar wichtige Punkte vergessen. Den öffentlichen Transport zum Beispiel. Den öffentlichen Transport zum Beispiel. Vielen Dank für den Tipp, Herr und Frau Kunze. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Ich schaue mal, wo Markus ist. Ich bin gespannt, was für eine Note er hat. Okay, Lisa. Bis später. Hey, Markus. Wie war der Vortrag bei dir? Hey, Markus. Wie war der Vortrag bei dir? Ehrlich gesagt war es nicht so gut. Was ist passiert? Ich war gut vorbereitet. Ich war gut vorbereitet. Aber Marius war eine Katastrophe. Aber Marius war eine Katastrophe. Ich wollte am Wochenende mit ihm lernen. Ich wollte am Wochenende mit ihm lernen. Er hatte aber keine Zeit. Er hatte aber keine Zeit. Er hat gesagt, er muss Skateboard fahren. Anscheinend hat er bald einen Wettkampf. Anscheinend hat er bald einen Wettkampf. Oh je, das klingt aber nicht gut. Oh je, das klingt aber nicht gut. Ja, und dann kam er auch noch fünf Minuten zu spät. Er war total unvorbereitet. Er war total unvorbereitet. Aber dein Teil vom Vortrag war doch gut, oder? Ja, ich habe mir auf jeden Fall viel Mühe gegeben. Warum hat Herr Kunze dir dann auch eine schlechte Note gegeben? Frau Kunze wollte mir eine 2 geben. Herr Kunze war aber dagegen. Er hat gesagt, am Ende zählt nur das Ergebnis. Er hat gesagt, am Ende zählt nur das Ergebnis. Deshalb haben wir beide eine 4 bekommen. Das tut mir leid für dich, Markus. Ja, ich habe wirklich eine gute Note gebraucht. Jetzt muss ich es irgendwie anders schaffen. Jetzt muss ich es irgendwie anders schaffen. Das schaffst du auf jeden Fall. Das schaffst du auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher. Da bin ich mir sicher. Sag mal, weißt du mit wem Julius gearbeitet hat? Nein, das weiß ich nicht. Ich habe Julius schon seit ein paar Tagen nicht gesehen. Ich habe Julius schon seit ein paar Tagen nicht gesehen. Ich habe ihn gestern angerufen. Ich habe ihn gestern angerufen. Er hatte aber keine Zeit. Er hat gesagt, dass er sich auf den Vortrag konzentrieren möchte. Alles klar und wie lief der Vortrag bei Jonas? Was? Alles klar und wie lief der Vortrag bei Jonas? Das musst du ihn selbst fragen. Ich glaube, er ist gerade in der Cafeteria. Ich glaube, er ist gerade in der Cafeteria. Okay, danke Markus. Hey Lisa, hey Lara. Alles klar bei euch? Ja, uns geht es super. Wir haben für unseren Vortrag eine Eins bekommen. Wir haben für unseren Vortrag eine Eins bekommen. Wow, wie toll. Wir haben eine Drei bekommen. Simon und ich haben uns aber auch keine Mühe gegeben. Ich hatte noch einen Vortrag von meiner alten Schule. Ich hatte noch einen Vortrag von meiner alten Schule. Den haben wir einfach wieder vorgetragen. Wir haben uns echt gut angefreundet. Simon ist wirklich cool. Schade, dass er nicht auf unsere Schule geht. Dann könnten wir uns öfter sehen. Das klingt entspannt. Das klingt entspannt. Sag mal, weißt du, mit wem Julius gearbeitet hat? Sag mal, weißt du, mit wem Julius gearbeitet hat? Nein, das weiß ich nicht. Nein, das weiß ich nicht. Er wartet aber draußen auf dem Bus. Du kannst ihn fragen. Du kannst ihn fragen. Okay, perfekt. Danke, Jonas. Okay, perfekt. Danke, Jonas. Hey, Julius. Hey, Julius. Endlich habe ich dich gefunden. Ich suche dich schon eine ganze Weile. Ich suche dich schon eine ganze Weile. Hey, Lisa. Hey, Lisa. Was ist denn los? Wie war der Vortrag bei dir? Es war toll. Ich habe fast nichts gemacht. Trotzdem habe ich eine Eins bekommen. Trotzdem habe ich eine Eins bekommen. Sehr schön. Mit wem hast du denn gearbeitet? Keiner konnte es mir sagen. Das war so eine neue Schülerin. Das war so eine neue Schülerin. Wie heißt sie denn? Ich habe ihren Namen vergessen. Namen kann ich mir irgendwie nie merken. Namen kann ich mir irgendwie nie merken. War sie denn nett zu dir? Ja, sie ist wirklich eine ganz Liebe. Ja, sie ist wirklich eine ganz Liebe. Sie könnte keiner Fliege etwas zu leiden tun. Wie sieht sie denn aus? Sie hat lange blonde Haare und dunkelblaue Augen. Warte mal, was hat sie für Kleidung getragen? Ähm, ich glaube sie hat einen roten Pullover getragen. Ich glaube sie hatte einen roten Pullover getragen. Und einen braunen Rock. Und einen braunen Rock. Oh nein, das kann nicht sein. Oh nein, das kann nicht sein. Deine Beschreibung passt perfekt zu jemandem, den ich sehr gut kenne. Hallo Lisa, hallo Lisa. Frage für euch. Wer hat die schlechteste Note im Vortrag? A Jonas, B Markus oder C Susi? Schreib einen Kommentar. Und vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.